Willkommen zu unserer 4K-Videoserie. Neuer Tag, neues Glück. Wir haben uns die Kommentare zu unseren Videos erfreut angesehen und festgestellt, dass Crysis gewünscht ist. Deswegen werden wir mit diesem Mund jetzt mal nachkommen. Okay, ist gelogen, wir werden uns Crysis Warhead angucken, denn Crysis Warhead ist noch im PCGH Benchmark Parcours enthalten und wir werden einfach mal unseren Benchmark starten mit der 64-Bit-Exte von Crysis Warhead, damit das Spiel auch fleißig Speicher adressieren kann, ohne abzufliegen. Das ist ziemlich praktisch. So, das ist das Crysis Warhead Hauptmenü und wir werden schon mal hier die schönen Auflösen 4096 x 2160 einstellen und 8-faches Multi-Sampling natürlich jeweils bei Enthusiast-Details. Das können wir auch gerne mal bestätigen. Das hier ist der PCGH Benchmark von Crysis Warhead. Da befinden wir uns auf einem Zug und fahren durch die Pampa, wenn wir von allen Seiten beschossen werden. Das ist immer noch eine sehr fordernde Stelle und in 4K, also in schlanken 8,8 Megapixeln pro Frame dürften vor allem die ziemlich filigranen Bäume und ganz generell die ganze Vegetation von der feinen Abtastung profitieren. Wir können es auch mal angucken, wie das dann mit 8-fachem Super-Sampling aussieht. Dürfte die Grafikkarte töten, aber das ist auch ein sehr, sehr flimmerfreies Bild produzieren. Jetzt sehen wir uns gleich an. Erstmal, das hier ist jetzt mit 8-fachem Multi-Sampling. Okay, flüssig ist was anderes. Wir haben wie immer eine Radeon HD 77 Toxic von Sapphire drin mit 1200 MHz Chip-Takt. Und wie man sieht läuft der Benchmark mit 14 FPS. Je mehr zu sehen ist von der Welt, 15 FPS. Ja, klingt erstmal wenig spektakulär, aber wir haben die PCGH-Über-Config installiert. Die legt unter anderem das Level of Detail von der Umgebung flach und die Schattenauflösung ist höher. Das bedeutet, die Grafikkarte füllt jetzt ihren Videospeicher jenseits von 3 Gigabyte. Und wie man sieht, sieht das super aus. Wir können uns auch gleich mal angucken, wie das nach getaner Action bei der Speicherauslastung aussieht, weil das On-Screen-Display vom Riva-Tuner oder besser gesagt vom MSE-Afterburn funktioniert leider nicht. In Crisis-Write. Achtung. Komm schon. Ja, man sieht, läuft es sehr zäh. Achtung. Das Protokoll sagt eine Speicherauslastung von maximal 3,97 Gigabyte von 6. Ganz ordentlich. So, dann schreiten wir jetzt mal Super-Sampling ein. Und wiederholen das Spiel. Ja, wir gehen jetzt mal von ziemlich krass einstelligen FPS aus, denn der 8-fache Rechenaufwand pro Pixel ist halt schon ein bisschen ein größeres Kaliber, wobei die Speicherauslastung nicht wesentlich steigen dürfte. Ach ja, die Krönung, um Crisis-Write wirklich hübsch zu machen, wäre, noch einen Texturmod zu installieren. Das sind diese Rigel-Texturen, die weiter die Speicherauslastung steigen und natürlich auch die Qualität erhöhen. Also mit dieser Texturmod könnte man wahrscheinlich dann auch über 4 Gigabyte Grafikspeicherauslastung kommen. Das lassen wir jetzt mal, denn das ruckelt ihr schon genug. So, die Grafikkarte dreht schon auf. Wir haben ein 8-facher Super-Sampling an. Und ja, gucken, wie es läuft. Fantastisch. Wir haben eine konstante Bildrate von satten 5 FPS und es laggt unheimlich. Aber nehmen wir es mal an, wir springen mal in das Jahr 2020. Da läuft das sicher flüssig und ich muss echt sagen, das ist absolut flimmerfrei und glatt. Sogar diese feinen Äste hier. Flimmern, kein bisschen. Ja, 5 FPS auf einer Radion HD 77 at 1200 MHz. Das bedeutet auch, wenn man jetzt noch zwei weitere Grafikkarten einbaut, können wir jetzt bestenfalls auf 15 FPS. Ja, wir sprechen uns im Jahr 2020 nochmal. Aber geil. So kurz einen Blick auf die Speicherauslastung werfen. Ja, liegt relativ unverändert bei knapp 3,8, 3,9 GB von 6. Soll ich ja schon reden? Ja, bitte. So kurz nochmal. So kurz ein Das war's. Ich hab ja. Untertitelung des ZDF, 2020